I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you So meine Freunde, Damen und Herren, herzlich willkommen, wir öffnen heute mal was anderes Und zwar Matchetex, aber diesmal Bundesliga, wir hatten ja auch schon Champions League geöffnet Ist so ein mega Starterpack oder irgendwie sowas für ein 25er War ein bisschen reduziert, weil Müller Aktionen hatte, Nido am Stüssel Und es gibt unterschriebene Karten, es gibt wohl irgendwelche Combo-Karten, keine Ahnung Ich weiß jetzt nicht, ob sich das für ein Zwanek lohnt, weil da sind nur 125 Karten drin Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal rein Aber mit einem Booster, ne? Ich meine, da sind ein Booster drin, würde ich mich nicht vertun Aber wenn wir jetzt was finden, hoffentlich gibt es Promo-Karten oder so Und hoffentlich ist es von Saison, dieser Saison Weil ich hätte das letzte Mal aus Versehen alte gekauft Oh, Mann, der dumm weiß warum Ne, 2023, so, das sind die Promokarten Oh Mann, ne Das sind mies für viele geile Karten Aber was ist das da? Promokarten Ah, darfst du die jetzt schon öffnen? Nein, das öffnen wir jetzt jetzt Bei sowas habe ich echt Glück, ich bring dir Neymar oder Mbappé Warte, ganz kurz Was bringst du mir? Vielleicht Du ziehst Neymar oder Mbappé? Ne, oder vielleicht Krass, ich wette mit dir um 10.000 Euro und alle Pokémon-Karten, die hier in dem Raum sind Dass du nicht Neymar oder Mbappé ziehst Und mein Auto, mein Kind, meine Frau und die ganze Wohnung, okay? Werden wir um 5 Euro? Ja Du musst mir 5 Euro geben und du kriegst alles das, okay? Okay Okay Was steht hier auf dem Text drauf? Was? Das heißt, wenn nicht aus Versehen einer mit seinen fetten Fingern eine Champions-League-Karte in den Bundesliga-Pack gepackt hat Junge, Junge, du Alter Ich bleib das raus Das ist voll witzig Ich schneide es raus Das ist Comedy So krasse Karten sind unterschrieben und sowas, ne? Ich zieh die auch jetzt noch mal Ganz kurz Gibt es irgendein Spiel aus der Bundesliga, den du sehr magst? Sehr mag? Ja, wo du sagen würdest, wenn du die ziehen, würdest du dich freuen, wenn ich dir die schenke Mané mag ich Mané? Ich weiß nicht, ob der da schon drin ist Der ist schon drin Ja, okay Na guck, hier ist der auf dem Wegen Okay Dann ist gut Ach ja, das ist Das passiert so oft bei so FIFA-Packs Das Spiel doch verkehrt Und so Jetzt denkst du dir Ja, easy Ich drehe jetzt einfach um Pass auf Jetzt ist die nächste gleich wieder verkehrt Ja, aber warum ist das denn so? Weil, kann ich nicht sagen Keine Ahnung Friegel Passt das mit dem Fokus oder ist der gerade eine Unschad? Ich kann es nicht sagen Oh, guck mal Die Karten, das sind so Promokarten Wunderschön, oder? Oh, Kevin Trapp, Club 100, Junge Ich mache einmal Sicherheitshalber Ich bin gerade nicht sicher mit dem Fokus Das ist halt das Geile bei denen Das ist Endo Aha, weiß noch Ja, ja, stimmt, von gestern Sehr, sehr cool Muss ich auch in mein Heft Ich tue mir die, die besonders sind, weg Aber sehr, sehr cool Sehr, 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 sehr cool Ich würde mich über Reus oder sowas freuen Geil, der hat der Dortmund-Pack Oh, komm, nee Das ist doch Was ist das? Das ist ja genau Besser Das ist Wann mehr je ung Ich kann den Namen nicht aussprechen Von Freiburg Also auf jeden Fall nix Gutes Okay, und? Oh, die sind schön Ist da was dahinter, oder was ist die letzte? Ich glaube, die ist so extra dick Aber sie sind so wunderschön, die Wappen Ich mag die Mannschaft, es geht so Aber ich meine damit ja Einfach die Spieler Weil ich mag die Ich kenne die sehr Ja, was wäre mit Neuer oder so? Ja, Neuer auch Also irgendwas Bayern-Mäßiges Ja Ich habe nur eine fünfte Karte Okay Muss sie alle auf Bisch bestehen? Ja Alter, was ist das? Ist das hier ein Puzzle-Spiel? Ja, es gibt auch Puzzle immer Es gibt immer wieder Puzzle Nein, immer Für euch hätt gern Forsberg und Reus Wären so zwei kann ich gern hätt Uuuuuh Wer ist das? Freiburg-Spieler Pfff Gott, im Himmel Und? Boah, cool Nehm ich mit Homo-Mits Nehm ich mit Pfff Pfff Reiburg-Spieler Oh, Command ist auch gut Ja, stimmt Ziemann Reus Komm Van de Bersch Der Bruder von Van de Bersaar Latza Schalke-Spieler Was ist das denn für eine Mannschaft? Hab ich noch nie gesehen Oh, Kosting Ich könnte jetzt nur was Falsches sagen Ich hätte jetzt Rostock gesagt Rostock Oha Oh, das ist eine Legende Sowas wie ein Icon Ist das auch ein Icon? Wer ist das? Der ist von Düsseldorf, glaube ich Ist das, ne? Doch, sowas wie eine Legendenkarte Sami Khedira Ja, kennst du doch Khedira Der hat da für die Nationalmannschaft gespielt Leipzig Leipzig Dann 5 Euro von der WD-Ball Ich will 7 Euro Okay, guter die Davies Oh, Davies ist auch gut, ne? Schneller Spieler Der ist ein sehr, sehr schneller Außenverteidner Alter, warum wird es gerade so warm in meinem Hinterfuß? Power Meine Hake wird gerade richtig warm Janko Rap Flick Flick Max Kruse Zitze Jetzt war die letzte Karte Mütze Hä, wieso habe ich nur zwei Glitzergarten? Die ganze Zeit habe ich voll viele Glitzergarten und jetzt kriege ich nur zwei Hä? Beschiss Mit dem kannst du sowas wie Ultimate Team machen Ja Hey, ich habe eine coole Idee, willst du das vielleicht in der Kamera machen? Oh ja Ja Wie heißt der? Heuer Der Bruder von Neuer Wayne Der hat auch vorher bei der Musch Oh Gott, vielleicht kommt Köln-Spieler Leandro Pereira Okay Zieh jetzt noch was krasses Kamanda Labanda Zieh dir einen schönen Sonn- 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 Fande-Fenn I-Toh Hä? Ist das ein Mädchen? Wir tolerieren jedes Outfit Jeder darf tragen, was er möchte Ich habe auch nur zwei gerade gehabt Och Chris Campo Mieser Scheiß, Junge Ihr Lieben, vielen Dank für unseren Support Wir sehen uns im zweiten Teil von dem Video Schalt doch gerne wieder ein Hau da raus Und Scheiß Schöne